Gibt mir die Fäden und gibt mir ein paar Samen für meine Hühner. Ja Leute, jetzt geht ja im Grunde das richtige Projekt los. Ich nenne diese Folge auch OP-Schwert, Minecraft Folge 1. Endlich mal mit Text. Ja, ich muss schon sagen, teilweise hat sich das Projekt echt schon so ein bisschen gezogen. Aber ich meine, wir kommen ja auch dem Ender-Drachen immer näher. Ist ja beim Ende, ja. Hm, ja. Das war immer das krägeste, die Ender-Pern-Farmen. Und die Jungs sind, darf ich's an? Nee, sag nichts. Die sollen dich mal nicht ins Höschen machen, ey, ist doch egal. Ja, vor allem, ich bin immer noch bei euch im Team. Ja, eben. Was soll derjenige denn machen? Da ist ein Enderman. Ich hab Enderman, geil. Also das solltest du nicht sagen. Ob der Enderman da sind oder nicht, aber Fred hat's ja schon selber gesehen. Hinter dir ist noch ein Zombie, hinter dir ist... Darf ich das sagen? Ach nee, ich hab eine Perle. Hast du eine Perle? Nice Sache, ey. Ich hab ein halbes Herz verloren, es geht noch. Warte mal, ich muss mal eben... Also da... Hallo, lauf doch, du kleiner Pisser. Ich bin gerade von der Schucht gewesen, es hielt mir, mir kamen zwei Endermänner an. Oh, nicht schlecht. Oh, geil. Na gut. Mach sie beide kaputt eben, Chef. Oh, schade. Bin ja dabei. Hm, hier ist ein Creeper. Da lauf ich mal weg. Ja, ich hab den Creeper-Killt. Matthias, ich mach mir die Hose. Das war echt krass, oder er ist einfach vom Enderman hätte Angst. Alter, wir haben hunderttausend Heal-Potions oder einige Heal-Potions und da rennt wir von einem Enderman weg. Mann, wo ist denn hier so einer? Egal, wir haben schon mal eine gute Ausbeute. Eine aus... Eins aus eins. Wieder in unserem Haus. Ja, ich lauf hier noch umfohlen. Im Knusperhaus. Ich lauf hier noch umfohlen. Ich finde hier auch keine einzigen Endermaner. Das ist irre. Du findest keinen Endermaner? Nein. Oh ja, gib mir den Pfeil weg. Oh, da ist ein Fred. Wo seid ihr denn? Na da. Weg. 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 Ah, Puls 100 ist okay. Komischerweise beim Monsterjagen für weniger. Das ist doch nicht aufregend, Alter. Hallo. Das ist immer entspannt hier. Hallo, Spinne. Ich töte dich. Gebe mir die Fäden und gib mir ein paar Samen für meine Hühner. Ja, Leute. Jetzt geht ja im Grunde das richtige Projekt los. Ich nenne diese Folge auch OP-Schwert. Minecraft-Folge 1. Endlich mal mit Text-Shop weg. Ja, ich muss schon sagen, teilweise hat sich das Projekt echt schon so ein bisschen gezogen. Aber ab jetzt ist es, ich meine, wir kommen ja auch dem Enderdrachten immer näher. Ja, das ist halt echt so. Am Anfang aber schon ein bisschen lame. So immer so mega vorsichtig da rumlaufen oder so. Da hättest du mal den Puls messen müssen. Ja, zum Spielen ist das geil. Aber ich meine halt zum Zuschauen ist das halt mega Öl. Ansichtssache. Ansicht. Wo sind diese verdammten Endermänner? Ist das ein Dark-Kanter? Nein, das ist eine Blume. Ach so, so. Da hat das braune Pferd sich einfach umgekehrt. Und hat mit meinem Schwert den Boden aufgekehrt. Alter, wo ich hier bin. Ich bin mitten am Arsch der Welt. Sollst du auch nicht die Mega-MLG-Moves hier machen, die ganze Dark-Kante. Ja, mach ich, ey. Ich find ja keine. Lass mich. Ich weiß nicht, ich hab einen gefunden. Ra, nicht H. Die H auf jeden Fall. Warum, Max, du tust mir so lange. Ja, richtig, ey. Du kannst nichts machen, das ist total öde. Es ist halt echt mega öde. Ich hab mir grad schon gedacht, ob ich einfach Stand mitmachen soll, was zu essen war. Nur weil die das verbockt haben mit ihrem Zubauen. Ja, passiert. Keine Ahnung. Haten. Geil, sind wir so ein paar Leute haben gehatet wegen den Hühnern. Da hab ich geschrieben, das nächste Mal tötet ich alle. Hey, kann man eigentlich ein bisschen spoilern, was so kommende Projekte angeht? Oder beziehungsweise, wisst ihr das eigentlich schon, dass Henning und Christa... Nee. Nee. Wenn du ein Projekt hast, dann sagst du, ah, nur spinnen, ist doch... Oder Henning und Christa haben dieses Projekt selbst. The Treasure in die Runde geworfen, ne? Also, ins Leben geworfen. Nee, hab ich nicht mitbekommen. Ich finde ich. Wo haben wir das denn? Reingeworfen? Reingeworfen. Nee, das haben wir sogar schon zwei Seasons gespielt. Mit anderen nicht über noch. Und wir haben vor, da so ein 2 gegen 2 Battle zu machen. Beziehungsweise, ja, 2 gegen 2. Mit euch halt wieder, wenn ihr natürlich Lust habt. Ja, muss ich mir mal angucken. Ja, ist echt ganz cool sogar. Es ist halt ein Schatz, den man beschützen muss und töten. Jetzt hätte ich jetzt bei dem Namen nie gelesen. Ja, Herr Laugy. Da gibt's sogar, da gibt's sogar ein Intro. Treasure! Da, da, da ist what you are. Alle Ohrenkrebs von Natica. Ich bin gerade beim, beim, beim Feind angekommen. Wow! MLG-Move. Aber richtig übel, ey. Oh, ich war kurz im Inventar. Was machst du denn? Ja, jetzt wird's noch gleich wieder hell. Das war toll, Alter. Ohne Scheiß, ey. Ich bin hier bei den Gegnern. Ach man, es ist doch das, es ist doch, es ist einfach so lachhaft hier, ey. Mann! Hast du überhaupt noch keinen gefunden? Ich seh nicht mal einen, nicht mal von, von Ferne aus irgendwo. Ich seh gar keine. So lächerlich. Die unsichtbare Essensleiste füllt sich. Okay, weiter geht's. Ja, ich will das andere Schwert nicht unbedingt, äh, schädigen. Es hat auch erst Schwerfe 2. Es ist noch nicht so OP, wie ich dachte, aber es ist geht. Kaputt, ey! Wir sollten uns für den PvP sicherlich noch ein bisschen unser Schwerf verbessern. Ja, und den Bogen. Lieber den Bogen. Oh, eine Walking Bench. Es ist auch einfach lächerlich. Nicht einen einzigen Enderman, finde ich. Du hast übrigens schon einen gefunden, ja. Ich weiß ja nicht, was man bringt, ob du, wenn du durch den Wald läufst, oder ob du hier auf der freien Fläche. Ja, letztes Mal haben wir im Wald einige gespawrt. Ich lauf halt überall rum. Wobei, im Wald ist halt wieder scheiße, weil die Viecher hat dich da überall von hinten überraschen können. Ja, oder von der Seite, oder von vorne, oder von unten. Oder von unten. Hero and a man. Dudelt sich einer von unten durch. Jetzt bin ich schon bei den Gegnern. Warte mal, ich mach jetzt mal die Fackeln hier weg, ey. Wie soll denn hier was spawren, wenn die überall Fackeln stehen von den Gegnern? Das glaub ich ja wohl. Hate, hate. Ja, oder? Ja, riech mich auf hier, ey. Außerdem sind's Fackeln für mich. Das ist jetzt aber Clown. Als ob die keine Kohle haben, ey. Was ist denn eigentlich das hier für ein Dreck, Junge? So ein Fackeln und so ein Stein. Das war das alte Hühnergehege von denen. Ey, alles einer! Ey, das kann doch nicht sein, Alter! Tatsächlich! Verarschen! Epischer Battle. Epischer Battle, genau. Max fliegt bestimmt vor und er fliegt nach. Nein! Keine fallen lassen. Ja, das merkt man so wirklich. Ich hab so ein Cheat-Trip, das man meine Hände nicht sieht und ich spawn dann diese Endermänner irgendwo in der Ferne. Ach, Mann, ey! Ja, spawn mal ein paar hier in einen Spaßschluss. Ey, das wär übel, übel dreistisch. Lass dich jetzt so übel spawnen und wir rapen da kurz durch, weißt du. So richtig. Und dann laden wir das alles so hoch und so ganz normal. So, ja, wir haben gewonnen. Mega fair alles, total. Ich verstehe nur die Logik einfach nicht, die da entsteht. Das letzte Mal haben wir echt viele gefunden. Ich meine, okay, da haben wir auch nicht so viele Perlen bekommen. Aber es waren zumindest Endermen da. Ja, man hatte die Hoffnung, da kommt einer. Guck dir mal die Spinnen an. Ey, ey, Max, guck mal die Spinnen. Guck mal, geh mal zu mir. Bull. Die ganze Nacht so ein Verbrachchen, nichts getan, ey. Dein Arsch. Okay, bin bei dir. Das sind ein paar, ne? Ich lieber. Hm, doch. Zwei Stück. Eine. Zwei, das waren fünf. Ach, Mann, ey. Ich hab jetzt gleich kein Essen mehr, weil ich hier nur rumlaufe und ich scheiße schlechte. Ganz, ganz, ganz viel Fäden bekommen. Ich hab erst vier Stück. Ich hab vier Stück, genau, stimmt. Das reicht. Vor die Nahten? Echt, lecker. Hast du die nochmal für mich, Max? Wir haben aber auch ein paar, äh... 31, 360, 80, 70. Ich muss mal einen Fall verschwenden, tut mir leid, damit ich mal einen... Also, 131 plus, ja? Ja. Oh, wow. Beides plus. Über minus 200. Ist das eine Katze? Nee, der ist ein Hase. Du, äh. Man sieht immer das, was man sehen will und er ist überall Katze. Klingt voll cool, dass du da so durch die Wiese fährst. Spiderman, Spiderman. Spiderman, Spiderman. So deine Fresse fliegen. Nananananananananananananana. Spiderman, Spiderman. Spiderman. Ist das ohne Scheiß, ist das so kacke, dass wir keinen Enderman abspauen. Das ist eine verständliche Abfuck-Sache. Abfuck-Sache? Ja, das ist eine Abfuck-Sache. Egal. Ich geh's wieder zurück, aber wir müssen jetzt mal eben kurz gucken. Ich hab allerdings erst einen neuen Level, das ist ein bisschen schlecht. Ich versuche hier auch noch ein bisschen zu kommen. Ja, gute Frage, ne? Echt gute Frage. Ja, ich weiß nicht, was wir uns machen sollen jetzt. Das ist das Problem. Lass das mal nach Hause. Ja, ich muss das mal versuchen. Ja, da ist es. Das zieht schon noch gerade aus. Oder? Ach, scheiß Berg. Ich hasse... Koordinators of... Ja, ich baue jetzt noch mal ein paar... Wir müssen eigentlich noch mal Level fahren. Können wir in der... Schaffen wir das jetzt in der Zeit, wo es Tag ist, eben in die... Ja, aber du musst... Du weißt ja, du spawnst ja wieder bei den anderen, ne? Nö, wir spawnen in dem Portal, was im Wein steht. Ja, ist ja bei den anderen. Ja, das sind... Ich war doch gerade schon bei den anderen. Das ist ein Weg von fünf Minuten. Ja, ich muss erst mal wieder zurückfinden. Gut, ist schon, klar, aber... Ist halt... Lohnt sich das halt? Ja, wäre die Zeit wenigstens mal sinnvoll benutzt? Ja, mach, mach. Warum nicht? Ich hab noch... Ich hab mir mal noch zwei Bögen gemacht. Vielleicht kann man die gleich noch mal verzaubern. Wenn du jetzt wieder hingehst, vielleicht fällt es ja irgendwo runter. Ja, okay. Ich meine, du willst dich aber in Lava, das geht auch klar, ne? Ja, richtig. Oh, lol. Ich kann was verzaubern. Ich kann meinen Bogen auf Stärke 3 machen. Sehr schön. Äh, auf Stärke... Nee, warte mal. Stärke 3. Nee, auf Stärke 4. Noch nicht ganz, aber bald. Warte mal. Oh, der Ambus ist auch schon relativ damaged. Kann man das sehen, wie damaged er ist? Du kannst sehen, wie stark Dings erhält ist. Und dann siehst du da drauf. Aber nicht wie lange... Ja, sehe ich drauf, aber ich kann das nicht zuordnen. ...wie lange er noch aushält. Ja, das siehst du nicht, wie lange er noch aushält. Aber da ist schon ziemlich damaged, ja. Nicht abmachen. Stärke 3 und 12 Level, okay. Haben wir hier noch Bögen? Oder 12 Level. Ja, das sind noch ein paar. Nee, das sind kaputte Bögen. Ach, da ist einer. Ja, da ist ein ganzer Bogen. Lappies! Wollen wir Flint? Wollen wir Flint, wollen wir Flint, wollen wir Flint? Schwarzpulver. Haben wir keinen Flint mehr? Wir müssen auch Flint haben. Okay, ich hol mir jetzt mal ganz kurz irgendwie Schokolade oder sowas. Ah, gönn dir. Ah. Power 1. Gehe ich jetzt in den Nether oder nicht? Ich meine, die anderen dürften im Nether sein. Äh, das war ungängstlich. Äh, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel Ender, wie viel Enderperlen hast du? Null. Immer noch. Null? Nee, du hast plötzlich welche. Du hast letztes Mal welche gehabt, ne? Ah, haben wir echt essen. Scheiße, wie so viele hier ist. Ich habe einen einzigen Endermens, glaube ich, kehren können mit meiner normalen Waffe. Ah, kacke, ey. Ich glaube, das ist ein Fehler gewesen. Okay, wir müssen jetzt mal überlegen. Ich baue mir jetzt schnell für die Zeit, äh, ich baue mir jetzt eine Spitzer. Und fahren wir mal eben noch kurz. Das dürfte dann wohl... Gescheit sein. So, äh. Mein Pult ist mittlerweile... Leute, mein Pult ist so... Haben wir noch Strings? Okay, das ist schon mal gut. Äh, ich habe welche reingedetet. Was ist aber nicht die Schokolade? Oder? Das ist das Einzige, was er hört. Nee, ich habe... Der Boden. Der Boden. Nee, ich habe... Ich habe irgendwie eine Kiste getan. Ich brauche noch einige, ja. Hier ist noch einer. Da ist ein Bogen noch. Ja, dann sind so Damage und die will ich nicht unbedingt bezahlen, weißt du, wenn ich repariere. Hoffentlich habe ich keinen Bock. Power 1, yeah. Das ist nämlich eine richtig gute XP-Farm hier. Oh, dack. Warte mal, ich hole mal noch ein bisschen... Ey, wir müssen echt zusehen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was wir noch anders machen sollen. Ich habe zumindest schon mal Power 3, aber ich habe jetzt kein Level mehr. Ja. Vom Bogen. Gut. Ich auch, das ist schon mal gut. Wir könnten halt wegen Fallen gucken. Ja, ich weiß nicht, ob es noch Sinn macht, nochmal ein bisschen zu fallen, was? Wegen Fallen, du weißt du immer so ein Gravel abbauen? Fred, 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 ähm, vielleicht sollten wir... Ja, haben wir denn noch... Haben wir, haben wir Feuerstein noch da? Wir könnten wahrscheinlich was abbauen, wenn wir Gravel haben. Fred, wollen wir nicht so machen, dass wir jetzt einfach schon mal Richtung Ender-Portal laufen? Schon mal die, die hier haben Gravel, ja, ich habe Gravel. Vielleicht haben wir was? 64. Wie viel? Ja, dann hol du schon... Mach du mal ein paar Flings. Ich fahre nur mal einfach kurz. Ja, 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 komm, verpiss dich jetzt hier. Warte mal. Dein Powder, sag ich. Also, haben wir noch auf die Ende Augen, ne? Um zum Portal zu kommen. Ja, ja. Ja, Blaze Powder haben wir ja genug. Wir haben genug Blaze Powder da. So, ich habe zwei Flint, reicht dir das? Drei Flint. Warte, warte, das ist nur für Feuerzeuge, richtig? Ja. Ey, warte, warte, das Flint. Ja, für die Pfeile. Ach so, klar. Ich will den Feuerstein. Ja, ich muss jetzt echt, ich gehe mal runter und farben noch ein bisschen so lange. Sag mir mal Bescheid, wenn es Tag geht. Ja, Max hat sicherlich die Sicht auf draußen, ne? Bis Tag. Ja, Nacht, mein ich, wenn es Nacht wird. Hätten die alle fackeln. Ach so, das war da, weil Matthias das Wasser reingebaut hat. Mann, 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 ey. Okay. Ändermänner spawnen ja. Oh Mann, ey, wir müssen... Nee. Okay. Weil die Jungs... Die Jungs sind eigentlich nicht... Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nee, ich habe sie vorhin auch nicht gesehen, als ich mal vorbeigelaufen bin. Dass die nicht da sind. Ja, die sind hundertprozentig im Land. Oh, meine Schaufel ist kaputt, scheiße. Aber was machen wir so lange? Ja, was brauchen wir denn? Ja, die müssen Blazes holen. Die haben ja keine mehr. Das ist ja... Ich habe ja... Ja gut, ihr habt den einen Spoiler, aber tut mir leid, Leute, aber den muss ich abbauen. Sonst wäre da Kanter nie im Leben ins Spiel reingekommen, würde da. Außerdem hat... Da kanter mir auch gesagt, es würde nur ganz weiter existieren. So, von daher. Jetzt hätte ich das falsche gebaut. Scheiße, ich hätte eine Spitzhacke gebaut. Oh Mann. Verdammt. Woher würde ich das schaffen? Diamanten! Haha! Hihihihihi! Ja! Ah, göttlich, ey. Haben wir noch mehr? Geilo, geilo Matico. Diamanten haben wir kaum noch welche. Einen. Ich glaube, wir haben gar keine mehr. Noch einen einzigen haben wir ja. Also, es war auch so dumm, von uns den Helm zu verzaubern, weil wir im Ende ja sowieso keinen Helm haben. Ja, wenn's denn... Den Helm brauchst du jetzt nicht mehr zu verzaubern. Ja, wenn's denn... Wer weiß, ob wir uns überhaupt treffen. Du musst den sowieso auflassen, den Kürbis, selbst wenn du PvP machst. Ich meine, wenn überhaupt PvP zustande kommt. Einfach... Du bist doch im Nether, Alter. Dann würdest du schon mal runterfallen. Hä, ich bin nicht im Nether. Wie soll ich denn im Nether die Helm finden? Ich hab jetzt nicht... Ich hab jetzt nicht... Ich darf... Wenn ich ein Nether zu dir sein, soll es jetzt doch nicht zu mir sein. Mama. Okay. Da hab ich doch auch hoffen, du Arsch. Oh. Ich brauche zwölf Level und die hol ich mir jetzt. Eisen! Ja, ja, kann ich reinschmeißen, ja. Hm? Ja, aber wer ist auf jeden? Nee, weißt du? Ich werf die... Ja, weil die in dir... Oh, was abhilfst du dich, ihr scheiß Hühnchen? Er wird schon wieder... Er dreht schon wieder. Ich hab heute rausgebracht aus den Eiern. Drei kleine Hühnchen. Gut. Da liegen noch Eier, weil rum, ne? Da drin. Ja, aber kann ich nicht. Da will ich jetzt nicht reinlaufen.